Ich gebe meinen Airhead, das ist zwar rot... Ich muss nur noch bringen. Das ist ja gar nicht. Tschüss. Ja, den auch. Schon wieder einer. Den auch. Tschüss. War das ein LKW? Ja, hab den rausgeschossen, den Typ. Aber ich brauche eine Hilfe, die spawnen hier irgendwo. So. Hat das? Vorsicht, hier ist eigentlich ein Panzer. Fand ich in Infantrieb. Gut, schon. Na, was? Ja. Boah, zappel nicht so. Ah. Ab ein. Kommt immer wieder Infantrieb. Ich glaube, die haben wir an der letzten Mühle, äh, weißt. Noch ein hier. Mühle, Mühle. Vorsicht, ich komm jetzt her. Nee, direkt nach vorne. Kann man von hinter dir oder von wo? Wir haben hier eine Garnition. Da waren fünf Leute auf einmal. Ja, ich glaube, ich habe schon acht Leute oder so jetzt hier, ne? Mit der Handbrüche bin ich tot. Ja, wie gesagt, könnt ihr Hilfe gebrauchen. Richtung dem Tanks nicht. Hilfe? Ist schon wieder einer dahinter. Ist schon wieder wegschießt, denn da wird keiner aufgehoben. MDR irgendwo auf ping. Na, komm, zeig dich noch mal kurz. Mach das weiter. Das war mal wieder ein H4. Sorry, ich stehe jetzt vor mal wieder ein H4, aber. Ich weiß immer noch nicht genau, wo die Spawn. Und den auch. Ja, die laufen weit auseinander, ne? Am besten probiert ihr beide mal hierhin zu gehen, euch da zu treffen, dass ihr da von daraus weiter vorschossen könnt. Und da ist ein H3, der hat eine MG, da können wir nicht weiter. Was ist das für eine Ausrede? Okay. Nein, schuldig, gut schuldig. Wo ist denn der? Irgendwo da. Wow. Der hat mich bestimmt gepinkt. Jetzt müssen die, wo die hingucken müssen. MG, feuert mich. Aber mit dem Vorhalten ist nicht so meins. Was ist das denn da? Ja, ich sehe das in Dubai. Ich sehe das in Dubai. Ich sehe das nicht. Ich sehe das in Dubai. Ich sehe das nicht. so jetzt hab ich ihn ja, zweiter Samyler ist auch gut bei ihm kamen glaub hinter dem Panzerfrag spawnen die das ist der scheiß Marker oh, ich glaub den hab ich kann hinten sein Tisch ich kann doch mal bitte den Namen zu lesen wie bitte, warst du da? da liefer auf jeden Fall kurz Infanterie, aber es wurde gekleert ich gucke immer den Trenches vorzurücken das ist ein bisschen easier die Oberschussmarkierungen sind meistens so, wo ich denk, dass die Schüsse in den kommt MG down ich kann jetzt eigentlich mal versuchen, den LKW zu sprengen, ne? LOL ok, Bewegungsmarkierungen treffen uns damit Jake und den Tren anzugreifen shit klar ist bei mir nicht drauf, oder? oh ja auch einer, aber ich seck den kaum nur 3 Pixel ich werde die ganze schüsse ging es wo steht noch nicht da steht eine pack auf doch du bist das der zweite so auch raus muss der andere ping zwei haben wir auch wenn es nur noch Da hast man den Den, nachladen Ey, Cap'n jetzt echt hinten durch oder was? Ist auch weg Gar nicht Oh, jetzt haben sie so gerafft Oh, ich werde gleich bleiben und alles gut Kein Grund für Suppression Tschüss Oh, jetzt Nein! Nörsen wir tief ins Halben. So gut. Schaut das weg. Ich bin in der Fertage, du. Das ist gut. Ich bin saufig, wenn er mit angekehrt ist. Wer ist hier auch? Den haben wir. Kruski, was? Kruski. Kruski. Ja, Flanke, ja. Spawn. Die Stunde laufen so wieder, zwei Stück. Die Stunde laufen so wieder weg. Aber ich hab meine Supply schon abgeworfen. Wo bist du denn? Ja, ist egal. Ich hab ja keine Deutschen gesehen, alle sterben hier. Versteh ich nicht. Ich hab's noch nicht. Ah, nein! Das sind die Stunde. Nein, das liegt nicht. Oh, ich hab's. Den hab ich erwischt. Ich weiß es nicht. Das spawnt die, lol! Ja, probiert mal ein Tarkab zu kommen, wenn ihr hier vorliegen seid. Boah, ey, was ist denn hier los? Muss ich das pushen, dass der Autopost wegkommt? Sauperr!